Herzlich Willkommen bei den Bruder Games, schön dass ihr da seid zu dem Black Knights Esports Turnier und natürlich Powered bei Div Esports, meine lieben Freunde, ich bin dann natürlich auch Maincaster bei Div Esports und RSTX Event Manager, wie ihr natürlich da draußen schon wisst. Und zwar heute noch mal ganz kurz zu der Reihenfolge, wie wir anfangen zu casten, beziehungsweise wann wir anfangen zu streamen. Um 18 Uhr fangen wir an mit einem Dealer von drei Minuten auf YouTube und auf Twitch. Und wichtig ist, dass Turtle Esports vs. Violent Resolution, das Team Obsidian, um 18 Uhr zuerst spielen wird. Da werden wir ungefähr vorher ein bisschen live sein, ein bisschen noch ein bisschen quatschen versus Turnier, über das 8. Finale. Und dann werden wir anfangen dieses Spiel halt zu casten. Danach spielt Octo vs. Elementrix, ja, ungefähr um 19 Uhr, wenn wir eine Stunde ungefähr pro Cast einplanen. Und danach Heines Gaming vs. Penga. Dann werden wir noch das Halbfinale sozusagen casten. Die zwei Matches werden wir definitiv auch noch machen, weil es natürlich ein Best of One ist. Und dann ist ganz, ganz wichtig, das Finale wird heute nicht stattfinden. Wir werden das Finale verschieben. Da wird natürlich noch mal ein einzelnes Video rauskommen und den Jungs werden noch mal gesagt, okay, dann und dann wird das Finale sein. Ich denke, so wie es momentan aussieht, wird das Finale, meine lieben Freunde, nächste Woche am 25., ja, 25.09., nächste Woche Freitag ist das, wird stattfinden, um ungefähr 19 Uhr. Damit die Teams auf jeden Fall da sind und wir da auf jeden Fall ganz ruhig ein Best of Three spielen können und die Jungs auf jeden Fall volle Power haben, eine Woche noch mal Zeit haben, sich zu besinnen. Und vielleicht sich noch mal ein bisschen informieren über den Gegner. Finde ich nämlich sehr, sehr angenehm. Und dann werden wir an diesem Tag, am Freitag sozusagen, am 25.09. das Preisgeld sozusagen an die beiden Teams auszahlen. Natürlich der erste Platz kriegt 50 Euro und der zweite Platz kriegt 25 Euro, wie es natürlich schon bekannt ist. Ihr habt unten in der Beschreibung natürlich noch mal die Spielerliste, damit ihr seht, wer hat sozusagen im 8. Finale gewonnen, wer hat verloren, wer ist jetzt ins 4. Finale gekommen. Und im 4. Finale haben wir nur drei Matches. Warum, weshalb, wieso? Wir haben natürlich ein Match, was Black Knights E-Sports unter sich austragen musste. Das haben wir schon sozusagen gespielt, das ist schon fertig. Das wurde schon leider nicht gecastet, aber es wurde schon gespielt. Und da wurde es natürlich geklärt, dass das eine Team von Black Knights E-Sports gewonnen ist und weiter ist. Deswegen, die sind natürlich schon im Halbfinale. Deswegen heute nur das 4. Finale und natürlich dann auch das Halbfinale nachher. Und ihr habt unten in der Beschreibung selbstverständlich noch mal drin, wer wie spielen wird. Also Turtle E-Sports vs. Wilder Versolution, das Team Obsidian um 18 Uhr. Octo E-Sports vs. Elementrix um 19 Uhr und um 20 Uhr Heines Gaming vs. Penga. So, und dann fangen wir um 21 Uhr ungefähr bis, ja, 23 Uhr könnte man dann sagen, an das Halbfinale zu machen. Und ab 23 Uhr sind wir dann natürlich fertig und haben die finale Zusammenstellung bzw. wer im Finale aufeinandertrifft. Das war's von Brüder Games. Viel Spaß euch. Natürlich noch mal Entschuldigung für das ganze Hin- und Herge-Modelle, weil es einfach natürlich schwierig ist, die Team zusammenzukriegen. Einige sind arbeiten, können dann erst später. Deswegen schienen wir das ganze Turnier jetzt auf 18 Uhr nach hinten raus. Ansonsten checkt meine neue Podcast-Folge aus mit Stepperman, der natürlich aka Steffen auf jeden Fall mal zu Gast war und da ein bisschen über seine Projekte geredet hat, wie er zum Casten gekommen ist und so weiter und so fort. Kommt um 17 Uhr online und ja, haut da rein. Brüder Games, Peace out. Bis nachher um 18 Uhr, meine Freunde, zu dem ersten Match für die Finale. Bis nachher um 18 Uhr, meine Freunde, zu dem ersten Match für die Finale.